Ja und damit herzlich willkommen zurück bei einer kleinen neuen Runde Trine 2. Wir waren nicht stehen geblieben, wo ja jetzt hier unten da diese zwei Dorftrottel waren und sich besprochen hatten. Au, au, da ist er. Ist das einer von denen? Oh fuck. Schieß doch nicht auf mich, du halbstarke Affe. Komm, komm. Ah, warte mal. Wollen wir in die andere Richtung gehen, ob vielleicht da noch was ist. Lalalalala. Jo, da oben sind zwei Sachen. Hier unten ist nix. Ah, komm. Da ist noch ein Ding, das möchte ich gerne mitnehmen. Ein bisschen schwingen. Jawohl. Sehr schön, ja gut. Dann laufen wir mal weiter, schauen, was sonst so passiert ist. Ist hier irgendwie auf dem Baum? Na gut, da komme ich auch gar nicht hin. Da wird da wahrscheinlich nix sein. Aber so. Sehr schön, da war ja auch noch was. Seht ihr das Schild? Wenn wir fliegen könnten, könnten wir zu den Wolkeninseln. Aber wir müssen Margret finden, sonst töten sie sie. Wir werden trotzdem schneller. Mir kommt das merkwürdig vor. Ohne Flügel oder Magie zu fliegen, ist einfach wieder natürlich. Vor allem ohne Magie zu fliegen. Vor allem. Ja, komm, die Hummels auch noch. Ja, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir machen das jetzt einfach mal so. So. Noch einer drauf. Das war schlecht. So, nochmal. Eins. Zwei. Lol. Wie ich einfach dran... Hä? Bin ich grad zu blöd, da hochzuspringen oder was? Komm, nochmal, nochmal. Früh am Morgen, da darf man mal Fehler machen. Nein, darf man nicht. Muss erst perfekt sein. So. Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Ganz locker bleiben. Oh, die haben wir schon mal. Und das holen wir uns jetzt auch mal rein. Tada. Weg mit dir. Sehr schön. Ah, das stimmt. Da kann mal wieder was in die Luft springen. Juhu. So, aber das hier nicht zu vergessen. Wow. Das war ja wieder, äh, super spitz, top genial. Na gut. Dann gehen wir mal weiter hoch. Okay, Drachen. Ist das hier unten? Ich kann mich hier festhalten. Ah, da ist etwas, da komm ich hin. Aber nicht so. Ist echt schade, okay. Nein! Okay, warum ist da plötzlich Luft? Warum war da plötzlich Luft? Okay, wir gehen jetzt trotzdem zurück bei uns mal eben die Pico wieder. Unser kleines Prinzesschen. Da kann ich mich damit nämlich jetzt gleich runter abseilen und von unten dann so ein bisschen gucken, ne? Okay. So, wunder... Perfekt. Da kommen wir perfekt rein. Ich überlege gerade mal ganz kurz, kann ich hier... Okay, das wäre eigentlich nicht möglich, aber egal. Nein, ich wollte das einmal auch noch nehmen. Das hole ich mir jetzt trotzdem, da werde ich zwar sterben, aber scheißegal. So. Am Arsch. Gut, dann wechseln wir mal wieder ganz kurz, wir rennen mal wieder runter. Wollen die Drachen spielen? Gucken wir uns überhaupt nicht so vor, ne? So, mal eben hier rüber. Sehr schön. Ähm, wir machen mal eben den Levelaufstieg fertig, wir haben ja jetzt einen Punkt frei. Aber uns fehlen... Uns fehlen trotzdem noch ein paar Punkte. Ja, vier... Sieben... Äh... Zehn... Dreizehn... Fünfzehn... Ah, 15 Punkte geht eigentlich. So, gehen wir ja erst vor ins Wasser rein. Oh, ich will die Ecke hier zerstören, aber kann ich nicht. Kann ich leider nicht. Schade. Ah, da oben ist... Ah, da oben ist ja auch noch was. Schwimm nicht davon! Wie alles so was da drüber aussieht, außer die Flaschen. Das ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Die sehen genauso aus wie vorher aber. Was war daneben? Nein! Komm da raus, komm da raus! Ich warne dich. Oh, wieder runter! Nochmal hier die Flasche holen. Yeah, yeah, yeah. So, haben wir ja nichts anderes zu suchen. Die Flasche holen wir uns auch mal eben noch. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Uah! Da oben ist ja auch noch einer, sehr schön. Jetzt werden wir mal gucken, wir müssen da rüber. Ach, warte, hier oben. Leute, dreh dich nicht so viel. Dreh dich nicht so viel, wie willst... Mit mir wird's sehkrank. Sehr schön, da war ja auch noch was. Vielleicht würde das doch im liebsten laut zerstören, aber das kann ich nicht. Das funktioniert leider nicht. So, Eisflächen. Wir können uns ja noch unsere Eisflächen machen. Toll. Wow, warum das, warum auch immer das jetzt nicht funktioniert hat, ist aber auch egal. Ähm. Dann probieren wir es anders noch. Guck mal. Die Wasserkraft ist stärker. Wir setzen mal eine Planke da rein. Ob die irgendwie hilft. Wohl, so ein Würfel. Hä? Nee, funktioniert nicht. Schade. Kann ich hier nicht irgendwie diese Bomben holen? Kann ich dann mal runterlassen. Ähm. Ah, warte mal. Ähm. 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 Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Möchte ich mal eben verwirklichen. Möchte ich mal eben verwirklichen. Ja gut, ist noch ne große Planke geworden. Das ist gut. Gut. So, eine Planke. Zweite Planke. Zweite Planke. Ich muss mir da oben nicht halten. Aber vielleicht, wenn ich die irgendwie zur Ruhe hängen lasse. Das könnte. Das könnte. Das könnte. Das könnte. Das muss nicht, aber das könnte. Jawohl. So. Jemals kommt mir hier merkwürdig vor. Wofür ist der Knopf? Oh. Wofür ist der Knopf? Dann wird hier bestimmt jetzt irgendwie ein Kampf sein oder sowas. Habe ich nicht nur fest im Gefühl, sondern es ist heißig einfach. Mist. Die Tür klemmt. Was grummelt da? Ist das nicht ein Maden? Ah, da ist er ja schon. Das ist wahrscheinlich dann der Boss. Ach du Scheiße. Ja. Lalalalalala. Nein. Ich wollte von dem Ding erschlagen, willst du mich verarschen? Na ja, dann muss jetzt der Ritter dran hier. Das sollte er hinbekommen. Nein! Fick dich, Alter! Fick dich! Nein! Ich wollte da hoch springen, du Affe! Fick dich! Ja, toll! Klasse! Super Spawn! Am Arsch mit dir, Alter! Fett am Arsch mit dir! So! Wieso ist die Bogenschützin da und ich hab... Hä? Ich bin als Zauberer gespawnt, eigentlich! Ah, fuck! Scheiße! Ähm... Der ist dafür da? Okay! Dann ist der wahrscheinlich für unten. Ist natürlich jetzt nicht gut. Den stecken wir uns mal raus, da ist bestimmt irgendwas hinter. So, den stellen wir uns hier hin. Dann kommen wir da drauf. Mal den Ebel verwenden. Oh! War das eng! Jetzt müssen wir gucken, dass wir erstmal wieder... Alle wieder spawnen. Was geht da... Da oben? Ja, das weiß ich. Wenn du da weg stehst, kann ich auch nichts dafür. War leicht schräg. Gucken, ob wir uns da hoch fliegen können. Sehr schön. Was ist das hier? Ah, da ist... Da ist was... Oh, da oben auch. Okay. Ah, schauen wir mal. Schauen wir mal da, wer der hier findet. Kann ich da einfach so rüber? Sollte, wa? Ach du Scheiße, übermiss. Auch noch was. Okay. Okay. Nein! Wie krass. Oh, da gehe ich lieber hier rüber. Geht schneller. Hier ist die Kette, hier ist sowas. Dann... Könnte ich wahrscheinlich mit dem Zauberer... Ähm... Chesse Silvanen. Ja, genau. So dürfte das eigentlich hin hauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Toll. Das war wieder eine klasse Leistung hier. Boah, ich springe trotzdem noch mal runter, damit ich den schon mal habe. 24,50. Also wir haben die Hälfte schon wieder nicht geschafft. Die andere Hälfte möchten wir uns natürlich auch mal eben schnappen. Sehr schön. Ah, da oben ist auch noch was. Oh, da geht es ja noch weiter. Ach du Scheiße. Alter Schwede, echt. Hier gehe ich mal... Wie können wir das jetzt bauen? Warte mal, wenn wir jetzt hier... So ein Ding dransetzen. Ähm... Hier noch einen. Könnte ich jetzt hier einen reinsetzen. Hm... Ah, da ist ja noch einer. Ja, leck mich am Arsch. Wie soll ich denn da rankommen? Nein! Das war ein Würfel zu viel. Das war ein Würfel zu viel. Scheiße. Oh, wie soll man das denn schaffen? Hm... Wie soll man das schaffen? Boah, ich will das jetzt irgendwie hinbekommen. Ich überlege jetzt mal gerade. Wie kann man das denn machen? Ähm... Wir müssen erst mal wieder hoch. Damit... Damit wir da oben arbeiten können. Dementsprechend brauchen wir hier eine Planke zuerst, damit wir hier hochkommen. Boah, alter Schwede, wie soll ich das denn machen? Ich habe eine Idee. Wenn ich jetzt mal eine Planke mache, die da rein... Oder? Die da rein... Fuckel. Jo, guck die raus. Das wäre so. Oh... Da könnte ich doch jetzt hier so einen Klotz machen. Den ganzen Magnetisch da rein klatschen. Toll. Das hat jetzt nicht wirklich viel geholfen. Aber theoretisch habe ich jetzt eine Fläche, worauf ich bauen kann. Nein! Wieso hält die Scheiße denn nicht? Wieso hält die Scheiße denn nicht? Mann! Genau. Fliegt die auch noch weg. Warte mal. Die Ecke kann ich da drauf stellen. Ähm... Da muss ich jetzt gucken... Kann ich das jetzt irgendwie so fabrizieren? Nein! Nein! Oh Mann! Leck mich! Am Arsch mit euch! Ja, euch weiter auch. Da... Wow! So... Haaaah! Mein Gott! Theoretisch... Warte mal, wenn ich jetzt hier einen Hüttel dran mache... Und hier jetzt noch einen drauf. Fick dich! Mann! Boah, das gibt's doch nicht. Ich weiß, jetzt hänge ich hier fest und will die Scheiße auch nicht unbedingt hier fertig kriegen. Oh, ich überlege jetzt gerade, wie kann man das denn... Hm... Ich hätte jetzt noch die Möglichkeit... Wir machen jetzt hier einen Würfel rein. Ähm... Machen dann eine... Planke daneben. Also, das Ding jetzt rutscht... Rutscht jetzt nämlich da rein. Letztend würfelt ihn wieder drauf. Hm... Wird wahrscheinlich dann eher so enden, ja, ja. Aber jetzt können wir... Noch einen Würfel machen... Kurz hier so ein Navi möglich ran... Okay, das war Maximum... So... Fick dich! Alter, wenn ich jetzt noch einen Würfel schnell drauf setze... Nein! Am Arsch! Fick dich! Ich war doch drauf! Beziehungsweise drauf schon auch, aber auch dran. Mann! Ich überlege gerade, ob ich mich da irgendwie vielleicht mit Planken oder so hochbauen kann. Hm... Boah, ist das eine Scheiß-Ecke! Eine Sache probiere ich noch aus. Wenn das auch nicht hinhaut, dann vergessen wir es. So, jetzt erst mal eine Plank hier reinsetzen. Eine weitere Plank. Oh, die wird magnetisiert. Fuck! So war das eigentlich nicht gedacht. Genau, klar! Scheiß Planken, ey! Am Arsch mit euch allen hier! Am Arsch! Am Arsch! So... Warum ist das Ding eigentlich wieder gedreht? Weg da! So... Eine Sache will ich noch ausprobieren. Ähm... So, zuerst mal wieder hier magnetisieren. Dann komme ich da wieder hoch. Ich möchte jetzt mehrere Planken zusammen machen. Und... Und... Die ganzen dann... So schräg hier rein stellen. Versuchen damit Würfel mich dann hochzuarbeiten. Kann klappen, muss aber nicht. So... So... Jetzt erstmal eine Planke. Dann setzen wir die erstmal hier hin. Das ist dann das Komplettpaket hier. Das war so klar, dass das natürlich nicht funktionieren mag. Warum sollte es auch? Könnte mir ja helfen. So... So... Ähm... Dann einmal hoch... Das ist jetzt das Problem. Das ist jetzt das Problem. Ähm... Jetzt muss ich die erstmal da unten abschieben. Mein Gott, reinladen. So... Jetzt habe ich zwar keinen Halt mehr, aber egal. Ficken. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Mein Gott. Ähm... Wie mache ich das denn jetzt? Aber ich will doch da hochkommen. Nicht runter. Hoch. Hallo. Hoch. Hab ich gesagt. Nicht runter. Springen. Gehört dazu. Warte, wenn ich das Ding jetzt mal so... Drehe. Wie weit kommt... Ach mein Gott. Nicht da drauf springen, du Ochse. Was ist denn mit dir? Mein Gott. So. Wie weit komme ich auf den Luftstrom? Nicht so weit. Das ist schade. Das ist schade. Ja gut. Wir wollen ja weiterkommen. Hilft ja nix. Waaah. 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 Not dich, Alter. Du gehst jetzt klar. Ich bin doch gesprungen. Äh. Gesprungen. Äh. Ihr habt doch grad geschossen. Warum schießt ihr denn plötzlich nicht? Gibt's doch nicht. Das geht mir ja auch auf den Sack dieses Glitche Zeug. So, einmal zurück Ach du Scheiße Warum? Warum? Ich will doch nur leben Alter Nein Jetzt bin ich zu übereifrig Jetzt bin ich einfach zu übereifrig Und absolut fertig mit dem Spiel So, einmal wieder drüber Wenn ich schon drin bin, kann mir nichts mehr passieren Dann bin ich unsterblich So Tod durch, keine Ahnung Also wir machen erstmal hier Klotz Nummer 1 Klotz Nummer 2 Machen wir alle Klötzer mal hin So, hier noch einen hin Neben passt bestimmt auch noch einer hin Nein LOL Alles klar, alles klar So Was zum Fick Was zum Fick Am Arsch mit dir Warum? Was? Ach man, Leute Nein Warte, hier unten war da noch eins, ne? Hä? Hier war gerade noch ein Teil Hundertprozentig Ah, was ist Was? Was kann ich denn damit anfangen? Weil es das Ding nur zum Hochspringen geeignet Also, dass ich das hier so reinschiebe So als Rampe oder so Als Fußtritt Selbst dafür ist es nicht zu gebrauchen Alles, alles klar, alles klar Dann kann ich mich hier hinterher wieder belegen Jetzt gucken Funktioniert natürlich nicht So ein gammeliger Pfeil ist aber Ja, kann ich uns Gammeliger Pfeil ist deutlich besser So, 27 Haben wir leider Schon wieder eine Aufnahme Die Zeit geht wieder rum heute Das ist der Wahnsinn So, ich geh mal hier hoch Und wieder runter Aber ich geh vorher hier hoch Ähm Ja, die Sachen Möchte ich mal eben noch fertig kriegen Okay Das funktioniert schon mal nicht Äh, kann ich das hier irgendwie mit Dann kann ich das irgendwie belegen Warte mal Wow Ja, wenn man Ah, nicht so viel Nicht so viel Nicht so viel Nicht so viel Wir müssen ran schieben Das ist einfach Schleiß am Planken Die Scheiße Ja, so wird das klappen Jetzt hauen wir uns diese Klötze hin Das war natürlich klar Das war natürlich so klar Dass das nicht funktionieren mag Hey, warum Bitte Okay Nochmal ran So, ran bin ich Scheißgloss, Alter Aber ich muss ja erstmal ordentlich schwingen Damit ich da hochkomme, ey So Fertig Sehr schön Gut Und das Die uns jetzt in den Weg versperren War natürlich klar Ja, mal kurz Zerstören Oh, zerstören Gut Ähm Ja, weiter machen wir dann In der nächsten Folge Wir füllen uns hier mal eben den Ast ab Dementsprechend, Leute Macht das ja bis zur nächsten Folge Und Tschüss Okay Ja, ja Freue ich mich auf die nächste Folge